Das ist Steffi. Sie hat eine wichtige Entscheidung zu treffen und denkt schon viele Tage darüber nach, was sie tun soll. Je länger sie darüber nachdenkt und je mehr Aspekte ihr einfallen, die dafür oder dagegen sprechen, desto unsicherer wird sie. Am Ende weiß sie gar nicht mehr, was sie tun soll. Sie erinnert sich an früher. Da war sie nicht so verkopft und hatte ein gutes Gespür für das Richtige. Dieses Bauchgefühl möchte sie so gerne wieder zurück. Informationen aus dem wissenden Feld holen und die Intuition stärken. Genau das will Steffi jetzt. Sie ist bereit für interessante Selbsterfahrung und möchte auch anderen mediale Orientierungshilfe geben. Sie meldet sich an zum Online-Lehrgang Mantanka, in den Mokassins eines anderen gehen und startet ihre Ausbildung zur intuitiven Mentorin. Die Vorteile auf einen Blick. Erstens, Einzelunterricht online mit Wissenscheck. Zweitens, didaktisch optimal aufbereitete Kursvideos. Drittens, praktische Übungen mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Viertens, schriftliche Unterlagen. Fünftens, freie Zeitanteilung im Kurs von zu Hause aus. Steffi ist begeistert. Schritt für Schritt taucht sie an ihrem Tempo in die Materie ein. Sie stärkt ihre medialen Fähigkeiten und lernt, diese kompetent und fundiert anzuwenden. Steffi stellt ihren Sender wieder richtig ein und greift zielsicher auf hilfreiche Informationen aus dem Unterbewussten zu. Sie nützt ihre Intuition, die natürlichste Form von Intelligenz für sich selbst und ihre Entscheidungen. Sie macht ihre Berufung zum Beruf und gibt wertvolle intuitive Hilfestellung. Online und telefonisch unterstützt sie ihre Kunden dabei, Antworten auf ihre Fragen aus dem wissenden Feld zu übersetzen. Steffi geht in ihrer intuitiven Arbeit so richtig auf und ist überglücklich. Sie hat zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung getroffen. Man tanker. In den Mokassins eines anderen gehen. Ausbildung zur intuitiven Mentorin. Entdecke deine Fähigkeiten und nütze sie. Wenn nicht jetzt, wann dann? Melde dich an. Schw actressen deralanden. Wie這樣子 GT2 Musik WDR 2021